Was geht Leute, willkommen bei einem neuen Video, heute machen wir Manhunt, das bedeutet Leute verfolgen mich, es sind nicht 2, 3, 4 Leute, sondern 50, 60 Leute Und zwar, das seid ihr die Community, die mich heute jagt in dem Stream, lasst ein Abo und ein Like da und jetzt genießt die Show Diese Aufnahme entstand auf einem kaputten Server, danke hier nochmal an Maestro Okay Chat, das sind meine 3 Teamkollegen, okay und ihr müsst uns jetzt alle jagen, die IP steht im Titel jetzt Oh mein Gott, guck mal, wie viele Leute hier getrunken sind, oh mein Gott, ey, der Server lag gerade, weil so viele draufgekommen sind Oh mein Gott, wie slackt, jeder kommt drauf, ey, einer schreibt, kann man auf Playstation mitspielen, digga, what the fuck Oh mein Gott, die sind alle bei mir Was, was, was Lauf weg, Lauf weg Ey, der Server ist so am lag, was hat Maestro für einen 2€ Server eingestellt Amunago, ey, ich hab so einen dicken Ping, ne, das ist unglaublich gerade Das erste Brot bei mir, gib, bleib, gib mal auf die 2 Brote Einer schreibt Server von Madeira Einer schreibt Server von Madeira Ey, was passiert hier, oh mein Gott Alles am Arsch, alles am Arsch, guck mal, was passiert hier Server von Kurdistan Ey, ey, ey Mann Amunago, ich bin irgendwo verpackt, schreibt keiner Ey, ich kippe Jede Art 6, D 없다 Ping Server von Afrika Ich kann nicht mal Brot essen, digga, was passiert hier Server läuft auf Pakistanischen Hotspur Pakistanischen Hotspur Ich habe 40 Euro für den Server ausgegeben Da konnte ich mal 50 Leute drauf 40 Euro in dir rein 40 Euro weg für nix Server von Adonis Er wusste die Valtorbrowser Server ist Milchhund Ja ich, wir müssen auf Maestro warten Ich kann nix machen, der ist doch im Sport gerade, im Gym Einmal im Jahr, genau, jetzt ist der im Gym, Digga Sonst nie, aber jetzt auf einmal Server von Adoptionsfreikapfel Einer schreibt Berko, mein Essen bret nicht Ich kann mich ein Block bewegen Ey, das ist doch lustig Server aus Frankfurt Einer schreibt, Maestro geht Gym wegen Minibar Jetzt geht es auf den richtigen Server Viel Spaß Okay Chat, es geht los Jetzt geht es glaube ich richtig los Wir haben jetzt 5 Minuten Zeit Bis 28 und dann liege ich die IP-Adresse Sodass ihr alle drauf könnt Und mich und mein Team hier auseinander nehmen könnt Mein Team besteht aus Kapo und Ardidi Und noch einer, aber keine Ahnung, wo der gerade ist So, let's go, Digga, let's go, let's go Ey, warum brauche ich eine Werkbank? Wir haben drei Werkbanken gebaut, Bruder Auf jeden Fall Auf jeden Fall, so oft ihr mich tötet Pro Kill Muss ich zwei Subs verteilen Okay So Das von vorhin zählt nicht, Digga Das hat alles geleckt Das zählt nicht, Digga, von vorhin Das, es geht erst ab jetzt los Ich hab jetzt einen kleinen Vorsprung von 5 Minuten Und dann könnt ihr auch alle drauf Und ja Viel Glück dann, würde ich sagen So Zack, zack Das passt schon mal Okay, geil, geil, geil Boah, gut Das fühlt sich gerade gut an Ich hab ein gutes Gefühl jetzt bei der Sache irgendwie Okay Kommt mit Wir gehen rüber Da hinten ist die Plattform Da werdet ihr spawnen Jungs, Jungs, wo seid ihr? Wir müssen uns treffen Ich hab euch verloren Ich bin noch bei dieser Insel hier Kommt, kommt Kommt wieder zu Dings Da, wo das Wasser heißt Wo ich rüber gegangen bin Ich seh Kapo Kapo, bist du das? Ja, ist mir nicht Komm rüber, komm hier rüber Lass hier hin Alter, wo bist du? Ich komme, ich komme Ey, warte, lass Fische holen Lass Fische holen, lass essen Warte, wir müssen weg Wir müssen weg Ich verstehe nicht Die kommen gleich alle Jungs, komm, laufen jetzt einfach hinterher bitte Wir kümmern uns gleich um Essen Guck mal, die Leute versammeln sich schon im Discord alle Oh mein Gott Jungs, wo seid ihr? Wo bist du? Ja, wo seid ihr? Wo bist du? Ich kletter auf einen Baum hoch, okay? Du bist hier Hier, hier, hier Komm her Ich bin bei dir, ich bin bei dir Komm her Wo, wo, wo Hier, hier, hier vor dir Ich seh's Oh mein Gott, die kommen alle drauf, Jungs Komm, 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 komm Hier, hier lang, hier lang Ja, Jungs, rennt, rennt Jungs, hier ist ein Portal Portal, Portal Krassportal Kommt, 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 kommt Boah Einfach Müll, Digga Nix bekommen Oh mein Gott, scheiße Wie viele sind denn da, Digga Ich hab auch gesagt, wir müssen weiter Ich hab auch gesagt, wir müssen weiter Kommt mit Wir müssen weiter, Jungs Ihr versteht das nicht Guck mal, wie viele Leute hier drauf sind Die suchen uns jetzt alle Wir wissen, wo du bist, Berko Oh mein Gott, Kartoffelsalat ist gut, Jungs Der hat mich vorhin auch schon gekillt Rennt, 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 rennt Lass in ein anderes Biom rennen Jungs, ihr müsst mich ja nicht töten Wir können auch Freundschaften bilden Wisst ihr, was ich meine? Das muss ja nicht so aussahen Kommt hier in die Höhle zu mir Wir müssen Eisen farmen Was für eine Höhle? Ich bin nicht weiter gelaufen Ich baue jetzt Fackeln Let's go Ich hab auch Kohle Ich hab auch Kohle Ich hab auch drei Herzen, ja Äh, ja, ich hab Fleisch Ich kann braten ein bisschen was Du hast die Kohle, Bruder Ah, nee Wir müssen gucken, wo können wir jetzt Eisen finden Hier, ich hab Eisen Kommt hier runter Ich hab Kohle, ich hab Kohle, ich hab Kohle Warte, wer ist denn los? Hier, hier ist Hier ist größer, das größte Ding Was? Ah, hier ist einer Oh mein Gott Digga Der ist beschäftigt, der ist Der lässt sich Der will nicht reden Ey, es ist unglaublich, Bruder Minus vier Es ist unglaublich Ich bin der schlechteste Mainland-Spieler, den es gibt Ich werde einfach alleine versuchen jetzt Es bringt nix Es bringt Ich muss mit Kartoffelsalat spielen Kartoffelsalat muss mir helfen Kartoffelsalat, hilf mir Hilf mir Er muss mein Teammitglied werden Mein Team ist ass, Digga Mal gucken, Digga Wie weit ich es alleine schaffe Ich werde es schaffen, Digga Ey, der Server leckt aber nicht, Digga Geil Das ist deutsche Ingenieurskunst, Digga Seht ihr? Den Server davor zum Libanese gemacht Und jetzt? Jetzt geht's So, let's go Zack, zack, zack Passt Okay Oh mein Gott, einer hat schon Dias, Digga Das kann doch nicht sein Kartoffel Ja Er muss mir helfen Kartoffelsalat muss mir helfen Oh mein Gott 52 Spieler Manhunt, Bruder Ja, äh, tu mal Kartoffelsalat zu mir, Tepin Der ist in meinem Team Ja, was mit uns? Ja, ihr auch, Digga Aber strengt euch mal an jetzt Warum? Du gehst ganz früh mit uns? Tepin, mein Team ist zu mir Und ab jetzt müssen wir uns konzentrieren, Digga Es ist Jetzt kein Spaß mehr Das ist mein Team jetzt, okay Essen Kartoffeln Einer essen Einer Einer essen Ich hab nix Ich hab nur Pilze Aber wir können nicht essen Ich hab drei Holz Scheiße, soll ich drei Holz essen? Ja, komm her Und Digga Ich brauch auch, ey, ihr braucht Essen Ich auch nicht Es zieht nicht gut aus, Jungs Wir werden jetzt schon direkt an unserem ersten Tag sterben Warum ist es jetzt so schwer, Tiere zu finden gerade? Gut, ihr seid meine Security jetzt Wenn jetzt Leute kommen Müsst ihr die klatschen Ich kann auch nicht sprinten Ja, dann Keine Ahnung Wir müssen das jetzt irgendwie machen Egal, Kartoffelsalat hat ein Schwert Der beschützt uns Ich guck mal kurz Wo wir hinlaufen Kurz Okay, gut, wir laufen weg Chat, ich werde in zehn Minuten meine Korts liegen, okay? Schwein, 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 Schwein Ich werde in zehn Minuten meine Korts liegen Hier sind Schwein, hier sind Schwein Darum, ja, ja, ich seh's Tschüss, was passiert mit dem? Gut, wir brauchen Stein Ich brauch einen Ofen Kartoffelsalat Wir können alle nicht rennen Ey Oh mein Gott Mein Team, so schlecht Don't try Don't try Warum machst du nix? Ah Ich brauch ein Schwert Digga, wollt ihr mich verarschen? Bro, ich hab mal ein Schwert Wollt ihr mich verarschen? Was für ein beschissenes Team seid ihr? Was für ein beschissenes Team seid ihr? Einer kommt und tötet alle Ich bin wieder alleine, Digga Ey, das wird mir zu viel Das wird mir zu viel Ich bleib einfach so Die Ihr habt gesehen Wir waren gerade vier Leute da Der eine hat alle geholt Das bedeutet Ich muss einfach auf mich alleine fokussiert sein Ich muss auf mich alleine fokussiert sein Das bringt sonst nichts Mein Team ist Ass, Digga Mein Team ist Arsch Vier Mann stehen um mich rum, Digga Keiner kann mir helfen Und ich muss Ich muss ihn holen am Ende wieder Okay Bis jetzt ist hier keiner Das ist gut So Oh mein Gott, ich hör was Boah Kapo Okay Das ist mein Teammate So Ich mach uns essen Ich mach uns essen Ich seh dich jetzt Geht doch Bitte Wenn ihr in meinem Team seid Benimmt euch auch wie mein Team Kann man Pilze braten? Geht das? Hier Nimm das Und du Nimm das Ja, ja, okay Ich hab für beide was Hier Oh mein Gott Es sind so viele Leute hier Jungs, ihr unterschätzt das gerade Glaube ich ein bisschen Wir müssen Voll Eisen machen alle jetzt In 10 Minuten lege ich meine Kord Bis dahin müssen wir jetzt ein bisschen was reißen Lasst weiter, lasst weiter Ich tötere weiter hin Wir müssen eine Cave erstmal finden Hier, glaube ich Hier sein, hier sein, oder? Ja, einfach runter, einfach runter Ich hab ein bisschen Eisen gefunden Hat einer von euch Kohle? Ich hab Kohle Nee, brauch mich Warte Ich hab drei Oh mein Gott Ich hab Gut, ich hab ein bisschen Eisen Wie viel hast du? Vier Vier Stück Das reicht Für Ich brauch Rüstung ist wichtiger, glaube ich Als Schwert jetzt Lass hier raus Das ist keine Das ist eine Trap hier Ja, ja Wir müssen weiter weg Wir müssen viel weiter weg Ja, ja Lass weiter Lass weiter Lass weiter Lass dich nicht abkacken Man denkt immer Die finden einen nicht Bruder, auf einmal spawnen die hinter dir Die Kartoffelsalda Wo ist Kartoffelsalda? Wo ist der eigentlich? Er hat ihn hat's getroffen Einer ist voll dir Was? Was? Bedeck mich mit Diamanten? Nein, das war dann ein Admin oder so Nein Das ist kein Admin Die haben schon voll dir Jungs, wir sind einfach schlecht Wir sind schlecht Nein, nein Was? Bedeck mich mit Schrott Okay, das ist der Admin Aber das ist der Admin Okay, das ist der Admin Einer wurde vom Pillager erschossen Wichtig, wichtig, wichtig Jungs, wir müssen jetzt eine Cave finden Noch mehr, noch mehr, noch mehr Noch mehr Schafe Ich muss mich Ich muss jetzt eine Cave finden Das reicht Wir müssen Eisen Wo bist du? Ich bin weiter gelaufen Um den Berg rum Ich schaue hier nach einer Cave Aber ich finde nichts leider Hier sind noch Schafe Alter, jeder hat echt schief mit Eisen, Bruder Und wir gammeln hier immer noch rum Ist unglaublich Wisst ihr, wo ich bin? Nein Ich bin bei diesem Sakura-Baum-Berg Links davon Äh, rechts davon Hier, ich sehe euch hier So, ja, 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 komm Kommt Hier, ich schaffe ganz viele Schafe Nimm die mit Einer schreibt Berkow Ihr werdet so verkacken Oh nein Jeder schreibt in Chat Habt ihr das Das kann doch nicht sein Ich habe meine Ich habe meine Korts gelegt aus Versehen Nein Nein Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh nein Nein Ey, Jungs, wo seid ihr? Ich bin an der Küste jetzt Ey, es kann doch nicht sein Dass wir keine Höhle finden Wir sind bei Flachland Oh, 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 oh Dorf Let's go, let's go Hier ist auch eine Cave Okay, ich habe eine Idee Du gehst zum Dorf, lootest es Ich gehe schonmal in die Cave Okay, okay Ich gehe hier runter Ich gehe hier runter Ich gehe damit das ist stark das ist gut wegen brot warte ich brauche ich sehe nichts wir müssen uns konzentrieren redet nicht so viel dazwischen nur wichtige calls geben so mein chef mein chef mein schiff oh mein gott jungs macht euch voll da voll eisen wichtig ich kann nur für ich habe hier ja 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 oh mein gott sehr wichtig sehr wichtig wir müssen zusammenbleiben ich habe angst ich hole noch das letzte eisen hier dann wo bist du tschüss diga geisteskranke cave nice 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 sehr stark das sehr gut wir können uns von dir schwert und sowas bauen alles ich mache mir schon mal verfahren einfach sagt dann später aus der das ist du musst den die cave einfach runter komplett einfach geradeaus oder bei der ab 2 ja komm komm so wir werden aber so sterben wir brauchen mehr eisen auf jeden fall hier ist gold ich habe gleich voll iron ich bin irgendwo gerade in der cave hier ich weiß nicht wo genau ich bin so es wird gleich zeit dass wir die kurz liegen jungs seid ihr ready ich habe eine dicke ich habe richtig okay ich gebe dem chat jetzt einen hint okay in welche richtung wir gegangen sind so ich bin voll eisen oh mein gott jeder hat metallologie oder wie die scheiße ist der geht hat jetzt dings schon macht ihr voll eisen wichtig kommt ich habe fünf eisen ich habe den rest den ich gewonnen habe ich habe ich da oben in den offen getan ich meine ihn so ich würde sagen chat ich bin in die richtung guck mal x ist plus und z ist minus in die richtung bin ich gegangen okay oh nein shaban shampoo mit full dir schreibt ich auch ja aber der wird die cave finden woher der guckt wir die alles der wird uns finden hier sind zwei hier sind zwei hier sind zwei das bin ich mit ihm ach so ja ich komme runter zu euch warte hier sind die aus berco hier unten hier unten sind die aus da unten siehst du oh ja ja ich sehe es ich sehe es aber wir müssen mit wasser runter mit wasser auf zu kommen hier ist bei mir auch hier ist aber nur einer hier sind wie viele werden das sein warte mal noch mal die 1 um mein gott acht stück ach die aus ich habe 14 jetzt ich mache mir die ich mache mir die ich mache es ich mache es ich mache es ich habe es hier nimm du das hier ne 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 geht mir die gibt mir die hose zurück nimm du das und das nicht ich habe es und ich möchte weiter wir müssen weiter suchen ja wir haben essen Aber ich finde euch nicht. Das ist das Problem. Ja, lass uns in der Oberfläche treffen, oder? Ja, wenn ich rauskomme, ich weiß nicht. Ich habe kein Essen mehr, deswegen. Ja, dann, äh, komm da hoch, Bruder, vorhin, wo du deinen Ofen geplaced hattest. Ja, ich versuche, warte. Ich weiß nicht mal, wo ich hochgekommen bin. Ich weiß nicht mal, wo ich runtergekommen bin. Keine Ahnung. Ich check gerade auch nichts mehr. Das ist so eine komische Höhle. Ich komme hier. Hier, hier. Ah, hier, hier, hier. Waren hier unsere Öfen? Ja, ja. Nein, hier ist kein Ofen. Ich habe 17 Dias. Ja, aber die haben wir schon weggebaut. Aber hier waren die Ofen. Echt? Ja. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin so tot. Ich bin so tot. Oh mein Gott, Enderman. Wo bist du denn, Bro? Du kannst doch nicht... Maximal tot. Er ist einfach gestorben. Oh mein Gott. Er ist mit 17 Dias gestorben. Oh mein Gott. Wir sind gef***t. Da unten, man. Da unten war alles voll mit Monstern. Ich weiß nicht, in welche Höhle du reingegangen bist. Deine Lücken, wo du runtergegangen bist. Was passiert? Gaming-Kätzchen? Man kann wieder joinen. Okay, gab es wohl kurz einen... Ich habe meinen Stuff wieder, ich habe meinen Stuff wieder. Hey, was ist jetzt passiert? Alles ist weg. Ich habe alles wieder, ich habe alles wieder. Oh mein Gott. Server hat gebackt, Digga. Was passiert? Ich habe alles wieder jetzt, ich habe alles wieder. Warum ist das denn so? Warte mal. Wegen den Dias, die waren da hinten. War voll Dias, alles weg. Alles weg. Aber das kann doch nicht sein, Bruder. Das Game ist... Ey, was hat sie die Kaffee da gemacht? Hast du Iron-Spitzsacke? Hast du Iron-Spitzsacke? Ich habe... Okay, komm, komm. Lass uns zu den Dias nochmal gehen. Die waren hier. Wir haben jetzt richtig viel Eisen, wir haben jetzt richtig viel Eisen. Wir haben keinen Dias. Hier, hier, hier und hier. Hier unten waren die, ja. Ja, hier, da unten. Ey, Kapo, komm, jetzt wird es schon mal hoch gleich, ja. Verkackt mich wieder. Ja, ich komm, warte. Ich habe wieder, bin wieder voll Herzen. Alles gut. Oh, du hast zweites Leben bekommen. So. Ich habe, komm, weggema. Okay, ich habe es wieder, warte. Ja, hier, weggema, mach, mach, mach. Hier, just read. Hier, nimm das. So. Okay, wir müssen jetzt Kapo finden. Kapo, wo bist du? Ich bin irgendwo in der Höhle. Frag mich nicht. Buddel dich hoch, bitte. Lass uns zusammen gehen. Ja, ja, ja. Ich habe gerade einen Spanner gefunden. Ich bin gerade bei einem Spanner. Oh nein, einer schreibt in den Chat. Ich suche euch, Schubert. Hast du nicht einen Waterlift bei dir irgendwie, Kapo, damit du hoch kannst? Nee, nee, ich bin in irgendeinem anderen Spiel. Ich weiß nicht mehr, da, wo ich jetzt gerade eben war, weiß nicht mehr, wo ich lang gegangen bin. Bau dich einfach komplett hoch. Lass uns auch hoch. Komm. Bro, du brauchst Volleisen auf jeden Fall, Don. Das geht so nicht. Frag mit Eisen. Egal, egal. Egal, Hauptsache, Hauptsache, du überlebst. Goldapfel, ich habe ein Goldapfel. Ja. Zwei Stück. Ich habe zwei Goldapfel. Oh mein Gott, ich habe wieder viele Dears. Wohin läufst du? Oh mein Gott. Einer schreibt, ich bin in deiner Höhle. Nein. Die lügen, die lügen, die lügen. Sind die nicht. Fester, Bärko, wo bist du lang? Ich bin einfach hoch mit dem Dings bisschen noch. Ich weiß nicht, wo ich lang gegangen bin. Ich baue mich jetzt einfach hoch. Geht's hier hoch? Ja, aber hier geht's hoch. Ähm, Don, ich bin da bei den Öfen jetzt wieder. Hier, schau. Siehst du mich? Hinter dir. Hier, schau mal, ich habe was für dich. Hier, ich habe dich gedroppt. Ah, da oben. Danke. Ich habe schon ein Eisenschwert. Du hast noch eins, ich habe dir. Let's go. Let's go. Ich werde Court League machen, komplett genau Court League. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin plus, äh, Z. Also ich bin plus, ja, plus X und minus Z. Der eine sagt, er sieht unseren Namen. Oh nein. Klapp, komm hoch bitte. Wir müssen hoch an die Oberfläche. Ja, ja. Noch mehr Diamonds. Ich glaube, ich habe den Diamond Pfad gefunden, den du hast. Jeder schreibt, ich sehe dich, Digga. Ja, ja, okay, Chat. Jeder seht mich auf einmal. Natürlich. Ja, ja, das heißt schon. Ja, sehe euch, schreibt er, ja. Hast du Kohle? Äh. Ja, hier. Ähm. Hier, Bro. Eisenschuhe. Hier, hier. Ich bin full dir gleich, hier, hinter dir. Ja, stark, okay, dann brauche ich doch nicht hoch. Sollen wir hochkommen, wir gehen hoch. Ja, ich bin jetzt full dir, also full Eisen, mein ich. Ich bin jetzt, ich bin jetzt bei dem, ich bin jetzt wieder da. Digga, manche haben schon Protection und sowas? Nein, die schäulen, die schäulen. Ey, nein, Bruder, was passiert denn hier? Okay, zum Glück wurden wir nur zwei Sekunden zurückgeworfen. Ja, aber ich habe die, ich noch mal deine Eisenschuhe, Becker. Ich habe die nicht mehr, ich habe die gedroppt gehabt, glaube ich, in dem Moment. Hast du noch einen Eisen? Ja, hier unten. Geisteskrank, irgendeiner hackt einfach unseren Minecraft-Server. Move mal, schreibt er, okay. So, hört ihr mich? Ja. Ja. Perfekt. Also, irgendwer hat gerade zwei mit dem Server gecrashed. An die Person, falls sie gerade im Stream ist. Ich finde heraus, wer du bist und du wirst dann permanent gebannt. Oh, yo. Oh, das kann ich ansagen. Oh, er bekommt wieder ein Spann. Oh, dann. Wer, 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 wenn du den... Habt ihr gehört, Digga? Ihr werdet gebannt. Habt ihr gehört? Ey, da ist einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kapo, woher läufst du, Bro? Was willst du denn? Läuft weg von uns. Ich habe, ich habe Dias, ne? 19 Stück. Jungs, wir gehen jetzt. Baut ihr, baut ihr deine Rüstung jetzt, Kapo. Es reicht. Wir müssen hoch jetzt und kurz liegen. Hat einer noch Eisen? Ja. Ich brauche noch Eisenhelm. Und du versuchst, jemanden zu hacken. Äh, darf ich den Hacker bannen? Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ja, mach, 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 mach. Komm hier runter, Kapo. Ich habe hier. Ja, Berko, wir können, wir können vielleicht noch schnell, ähm, Stringding bauen. Oh, ich habe mein Holz und so alles da hinten vergessen. Ich, ich habe, ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Oh mein Gott. Jemand ist hier. Hier sind welche. Hier sind welche. By the way, vor fünf Minuten ist schon jemand oben über die Oberfläche bei euch drüber gelaufen, da? Okay, okay. Ich bin einfach mal die Fresse gehalten. Danke für den Call. Aber es liegt ein Spoiler trotzdem nicht, Spoiler trotzdem nicht. Lass hoch, lass hoch. Das ist einer, das ist einer, das ist einer. Okay, ähm, Katze, kannst du wieder rausgehen? Hast du kein Schwert, hast du kein Eisenschwert, Kapo? Ich habe kein Eisenschwert, ne? Aber ich kann mir eins machen, warte, ich mache mir eins. Ich brauche noch zwei, warte. Ey, don't cry, hol den mal, hol den mal. Warte. Don't cry. Aber du bist nicht, du bist nicht. Wir gehen zusammen. Ja, warte, der ist hier oben. Ist der, was hat der an? Der hat nix, der hat keine Rüstung, der hat keine Rüstung. Aber der chillt und alles. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Hier oben. Er rennt weg, er rennt weg. Ey, wie mache ich, wie mache ich mir ein Schild? Oben Eisen und überall, außer an den unteren zwei Enden, äh, Holz. Einer schreibt, Berko, ich werde dich abschlachten. Bro, er, er, er rennt, er rennt, Berko. Ich sehe ihn. Das ist die, schon wieder der, Digga, die ganze Zeit findet der uns. Bro, er hackt, er hackt. Nämlich kenne ich eine Spinne an. Kapo, komm hoch, ich werde jetzt kurz liegen. Ja, ich mache, ich mache das in Schild, warte. Kann schon liegen. Das reicht. So. Ich komme hoch, ja. Kurz. Sind. Das sind die Kurz. Oh mein Gott, scheiße. Jetzt geht's los. Ich habe mich hochgebaut. Ich komme, ich komme, ich komme. Scheiße, sie kommen, Digga, sie kommen alle jetzt. Wir müssen weg. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Wir dürfen hier nicht chillen. Lass hier lang, lass hier lang. Warte, wir müssen auf Kapo warten. Oh mein Gott, Kapo A, Bruder, braucht vier Stunden. Bitte, beeil dich. Baut dich mit irgendwelchen Blöcken hoch. Dieser kleine Go, Digga, hier vorne. Er hat unsere Position verraten. Ah, wir können hier nicht hinterherrennen, Bruder. Aber wir müssen hinterherrennen. Er wird uns immer hinterherlaufen und die ganze Zeit liegen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Dieser Go. Wir brauchen einen Burgen und sowas, Chat, äh, Jungs. Ja, warte, wir können vielleicht noch kurz bei den Villagern, können wir vielleicht noch kurz, äh, traden. Wir haben nichts zum traden. Ja doch, wir können kurz String, wir können kurz String, äh, Farm bauen. Tschüss, Bruder. Ich hab dir kurz gerade gelegt, er will, dass wir hier eine Farm bauen. Komm her, Digga. Wo seid ihr auf einmal hin? Da oben. Ey, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer Full Iron. Wo? Komm im Dorf, komm ins Dorf. Ich bin in der Mitte. Let's go, let's go, let's go. Wir schlachten den. Hier, da oben, da oben, da oben, da oben. Wir sehen. Auf dem Weg. Ich geh von hier. Let's go, let's go, let's go. Er rennt, er rennt, er rennt. Wo zingelt ihn? Er denkt, weil er hier hinkommt, äh, denkt er, wir haben keine... Er rennt, er rennt, er rennt, er rennt. In Eier oder was? Komm her, lang. Wo willst du hin? Let's go, wo ist der? Wo ist der lang? Über die Be... Ah, nee, egal, der rennt weg, der rennt weg, egal. Ah, ist das scheiße, die kommen alle auf einmal. Er kommt wieder, er kommt wieder, er kommt wieder. Wo ist er denn? Warte, Kapo, wo bist du? Wir müssen uns dritt bleiben. Ja, ich komm wieder, ich komm wieder, ich komm wieder, warte, ich komm wieder, ich komm. Der Typ kommt auch wieder, ne? Der kommt hinterher. Er ist hier, er ist hier unten, hier unten, hier unten. Oh, das ist der andere Typ, Berko. Ja, aber wo ist denn dieser Volleisen-Typ? Hier, 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 der kommt, der ist hier, der ist hier. Let's go, let's go, let's go, let's go. Lass ihn uns holen. Da vorne, da guck, siehst du den? Da vorne. Lass ihn holen. Ey, hier ist noch ein Volleisen-Typ bei mir. Hilfe. Ich komm, Berko, komm, ich komm, warte. Wir holen uns erstmal den. Komm, 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 komm. Wir holen ihn, wir holen ihn, wir holen ihn, let's go. Digga, wir müssen den, ey, die machen Turan-Taktik, Digga. Die locken uns vor die ganze Zeit noch im Singles-Stand. Oh, gleich, komm, hier, komm, hier, komm, hier. Ich booste dich. Danke, danke. Rechts ist noch einer, ohne Rüstung, ohne nichts. Oh, mein Gott. Let's go. Mein Gott. Was ist? Ey, komm zurück, komm zurück, Kapo. Komm zurück. Komm, 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 komm. Ich hab ihn gehettet einmal. Ich hab ihn gehettet zwei, drei Mal. Der kann nicht mehr so viel haben. Bei mir ist noch einer, bei mir ist noch einer, der rennt aber auch. Wir müssen zusammenbleiben. Wo seid ihr, wo seid ihr hin? Wir sind Richtung, Richtung Norden, Richtung Küste. Er rennt. Er hat Booten, oh mein Gott. Er ist mit Booten. Ey, warum ist jetzt jeder hier in E-Sport auf einmal? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ist Kartoffel hier? Vor dem hab ich Angst. Nein, soll ich ihn tp'n? Da will jeder, da will jeder. Nein, 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 nein. Nein, nix tp'. Warte, der ist hier. Der ist hier. Ist hier. Jungs, auf ihn. Bro, er wollte sein Wasser holen. Dieser kleine Go, Digga. Nee, guck mal. Scheiße. Okay, wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Komm, wir bauen uns Boot. Habt ihr Boot? Ey, guck, weg, 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 weg. Der Typ hier, der Typ hier. Oh mein Gott, Digga, es ist unglaublich, Digga. Ja, wir machen Hangar Games Chat. Manhunt quasi. Ey, ich hab ne Idee, wir rennen jetzt einfach weg. Es werden viel mehr gleich kommen, Bruder. Ja, komm, lass mit Boot, lass mit Boot einfach weg. Nein, 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 wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Ey, würdest du drüber arbeiten? Kann er nicht. Komm, noch einer. Ey, noch einer, noch einer, noch einer. Noch zwei. Bro, dieser David hilft uns. Boah, stark, stark, stark. Ey, Digga, dieser D-Dossa. Dieser D-Dossa. Weg, irgendeiner gönnt uns gerade nicht zu zocken, Digga. Das kann nicht sein. Ah, da ist er, da ist er, da ist dieser Typ. Ey, der hat nur, guck mal, guck mal. Der hat eben noch. Ey, wie soll der Typ Putin skinnen? Nein, der hat noch eben noch voll Gold. Oh, mein Gott. Ich will gar nicht mehr jetzt. Ich bin wieder vor 10 Minuten. Ey, 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 es ist so gut. Es ist Slugkick einfach. Nicht zu leeren, nicht zu leeren. Lass einfach weg auf Ozean, warte, warte, warte. Wir brauchen Holz, Holz. Es ist Slugkick, Digga. Hier vorne, Kasim. Oh mein Gott, er ist direkt in die Arme gelaufen. Iron, er ist voll Iron. Er ist uns direkt in die Arme gelaufen. Der kleine Go. Bleib stehen, Kasim. Laufendes Zweck. Ey, hätten wir den Enderman vorhin getötet. Das wäre big gewesen. Kasim, du kriegst einen Goldapfel von mir. Komm her, mein Süßer. Komm her. Du scheiß Goofies, Digga. Berco, das war für so eine Freundschaft zu schließen. Was für Freundschaften? Wir müssen die auseinandernehmen. Zwinker, 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 zwinker. Nein, Bruder, ja. Die haben alle Jump'n'Run, Gommi, HD.net, Lobby, auf Bad Wars Lobby warten. Die ganze Zeit alles durchgespielt. Ich lege wieder kurz. Lass uns mal hoch auf Werbsketten. Überblick, Überblick. RIP kommen nicht mehr rein, wie Grycex. Viele Leute kommen nicht mehr rein irgendwie. Ich glaube, wurde es gecapt oder was? Lass ihn looten, lass ihn looten. Loot, loot, loot. Lass mich heuer holen. Ja, okay. Hier, Ding. Ja, komm, ich brauche. Warte mal, kann der traden? Nee. Hat jemand Emerald? Da oben ist einer, da oben ist einer, da oben ist einer. Nicht in der Rehrein, nicht in der Rehrein, nicht in der Rehrein. Ihr macht mir Angst, Digga. Die chillen alle hier. Die sind wie so kleine Wölfe. Die haben uns alle umzingelt. Hier war doch schon einer, Bro. Hier draußen ist eine Werkbank und sowas, glaube ich, oder? Hier war noch keiner, hier war noch keiner. Ja, aber der ist ja eben lang gelaufen. Sehr viel. Egal, egal, egal. Ich mach schnell Brot, ja. Ich such ihn, aber er ist hier nicht. Er ist hier nicht. Deko, geh nicht allein. Nee, ich bin hier, ich bin hier. Lass einfach Ender-Drachen besiegen gehen und einfach mit ihm kommen. Guter Plan. Scheiß Plan. Nächster Plan. Der eine sagt die ganze Zeit, der weiß ganz genau, wo wir sind. Dieser Kasim. Er ist die ganze Zeit schon da. Ja, aber er soll sich dann trauen. Ey, vielleicht bekommen wir feile Bogen dafür. War der Typ mit Feuerwehr. Ich muss mir ein Boot bauen, Digga. Sicherheitshalber. Achtung, Berko, Berko, pass auf, da vorne. Oh mein Gott, du kleiner, go. Du kleiner, go, du kleiner. Ey, ich bin fast drüben, Digga. Komm her, komm her. Komm zurück. Berko. Ey, das sind vier Fünfleute. Das sind vier Fünfleute. Komm drüber. Komm drüber. Oh mein Gott. Bro, der hat Dias, der Typ hat Dias, der da läuft. Ja, genau, der vor dir. Zieh, zieh vier PO. Wo seid ihr, Kapo und so? Ich bin hinter dir irgendwo. Ich war hinter dir irgendwo. Ich bin im Boot. Ah, hier. Hinter dir, Berko. Ich bin bei einem im Boot. Ja, wir haben ihn. Wir haben einen. Oh, Jungs, hier sind drei Fünfleute. Ey, Berko, 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 Berko. Was? Ich bringe an mit, ich bringe an mit Kasim, Kasim. Ich kann nicht, hier sind vier Fünfleute, Leute. Oh mein Gott, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg, ich komm. Ich muss da weg, Bruder. Berko, Berko, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Alles gut, ich bin bei dir. Ich war für einen Ertrunken gebrochen. Hier sind fünf Leute, Digger mit Volliron. Lauf einfach, lauf einfach. Komm, 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 komm. Wir müssen weg. Lauf, 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 lauf. Bist du tot, Don? Ja, ich bin tot. Ja, er hat mich mit Lava einmal getrappt. Weiter, 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 weiter. Was? Die haben dich mit Lava einmal getrappt? Das sind richtige Pros dann. Ey, die machen um 6 zu Eastboarding. Soll ich zu euch kommen? Nein, nein, chill, chill, chill. Berko, warte doch auf mich, Digger. Oh mein Gott. Komm. Egal, fahr, fahr, fahr. Wir müssen weg hier, Bruder. Ey, ich habe einen gesehen. Ich habe zwei gesehen. Auf einmal sind da 15 Leute. Bruder, wenn wir einen Bogen hätten, das wäre big. Kasim ist hinter uns. Kasim ist hinter uns. Digger, dieser Kasim nervt. Er soll nur, komm. Komm noch her, Kasim. Komm noch her. Oh nein. Seine ganzen Mates sind auch da. Wir haben ihn. Kasim ist tot. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Ey, kaputt. Kasim ist tot. Wenn du irgendwie zu uns könntest, wir hätten wieder freuen für dich. Hier, 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 hier. Hier, komm, hier, komm, hier. Ich kann mich halt hier peinern. Oh, wir haben noch einen. Noch einen, noch einen, noch einen, noch einen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Zwei Stück, zwei Stück. Nein, Bruder, komm. Lauf nicht. Oh nein, die gehen zu zweit auf dich. Hab einen, hab einen, hab einen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ja, wir haben alle geholt. Ja, wir haben alle geholt. Was ist los? Was ist los? Komm, 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 komm. Komm mit Boot, komm mit Boot. Warte, wir müssen, äh, wir müssen ihn zu uns TP'n jetzt. Wir haben alle geholt. Wir haben die Kliert. Ey, 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 ey. Perko, 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 Perko. Was? Komm her. Komm her. Oh mein Gott. Noch einer? Oh mein Gott. Schabern, voll Diamonds. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Achso, das ist Don't Cry. Gut, Don't Cry. Ey, sein Hund, sein Hund, sein Hund, sein Hund. Schlachte seinen Hund ab. Ey, da vorne, da vorne. Ey, da kommt, da kommt. Oh mein Gott, der ist hier. Lass den, lass den, nein, nein, nein. Lass den abfahren, lass den abfahren. Alles gut. Perko, renne nicht hinterher, renne nicht hinterher. Ey, greift mich an! Ja, sag ich doch, Bruder. Lass auf den, lass auf den, lass auf den. Der will, der will, der will noch dich haben, der will noch dich haben. Egal, 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 egal. Ich, ich hab ihn gut gehittet. Boostet mich, boostet mich am besten. Oh mein Gott, er ist, er muss slow sein, er muss slow sein. Er muss slow sein. Scheiße, ich weiß nicht, wie das geht. Ich hab das bei Bastik GHG mal gesehen. Oh nein, die Cots wurden wieder gelegt. Ey, geil, das ist uns gut eingefügt. Geil, geil, geil. Der hat selber Games zum Crashen gebracht, damit er sein Plugin reinmacht. Oh mein Gott. Ja, töt ihn, töt ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn. Der muss, der muss hoch. Warte, warte. Jungs und Axt. Ja! Let's go. Let's go. Wir sind so ein starkes Team, Digga, let's go. Oh mein Gott, vorne ist einer. David ist wieder da. Habt ihr noch Federn? Ich hab keine Federn. Vor uns, vor uns, Gamer, Bro. Der Typ, lass, der Typ, lass, der Typ, lass, der Typ. Gamer, Bro, vor uns, Gamer, Bro, vor uns. Chill, 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 chill. Nein, chill, chill, lauf nicht in die, lauf nicht in die, lauf nicht in die, lauf nicht in die. So. Wir müssen aber Highground trotzdem, kommt. Oh, der chillt da. Der kommt nicht weiter. Da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei. Ja, lass die holen. Lass auf den Rechten gehen. Der geht Richtung Küste, den können wir uns holen. Lass auf den, lass auf den. Ey, da oben ist einer, da oben ist einer, da kommt, da kommt. Achtung. Berko, pass auf, Berko. Hinter dir. Mich, hä, mich. Mach, ich brust du dich, warte. Jungs, hinter uns sind mehrere, Jungs hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Warte, ich hol den, ich hol den. Jungs, scheiß drauf, hinter uns sind drei, hinter uns sind drei. Oh mein Gott, oh mein Gott, Jungs weg. Beko weg, weg. Das sind welche. Einfach weg, einfach weg. Bro, das sind vier Stück oder so. Oh mein Gott, jetzt, 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 jetzt schaffen wir das nicht mehr, glaube ich. Das wird der letzte Kampf, glaube ich. Komm, hier auf die Küste. Wir müssen fighten, da hinten. Seid ihr alle bei mir? Ja, ich bin bei dir, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin hier. Okay, kommt auf, an die Küste, kommt. Okay, gut, gut, gut. Ach so, ich dachte. Dein Boot, Berko, dein Boot, dein Boot, dein Boot. Ey, pass auf, pass auf, die kommen, die kommen, die kommen. Weiter, 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 lass weiter, lass weiter, lass weiter, lass weiter. Oh mein Gott, vier Leute. Mit Boot, mit Boot, mit Boot. Mein Boot ist weg. Hilfe, Jungs. Hilfe, hey, hey. Kommt. Wir müssen fighten, Jungs, wir können nicht anders. Wie soll man das machen? Geh rechts an die Küste, wir bauen die weg. Geh rechts an die Küste. Wir müssen die fighten, wir fighten die. Wir beschützen diese Insel jetzt, let's go. Let's go, let's go, let's go. Komm, komm, komm. Let's go, let's go, let's go. Komm. Helft ihn, helft ihn, helft ihn Tschüss Die fighten sich auch gegenseitig Die fighten sich gegenseitig Ich hab paar mal geltet Bro, die sind low, die sind low Vor allem der hier Hab ihn Stark Ey, dieser Typ hier ist wieder da Passt auf Oh my god Einer tot von denen wieder Einer wieder tot von denen Ich geh und küste Ich hab von denen Ey, hier ist noch einer rechts Ach, scheiße Ey, wo bist du, Dontrell? Komm zu uns Ich bin nicht durch Pass auf, hinter dir Hinter dir Hier, hinter dir, pass auf Gut, wir sind ja ein gutes Team gerade Wir rotieren gut Ey, hier, 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 unter Wasser, unter Wasser Da sind wieder drei Stück Alter, Jungs, das ist gerade so intens, Digga Bro, hier, die sind an der Küste Drei Stück vor uns, vor uns, vor uns Komm, lass die einfach fighten, lass die fighten Lass mit Axt drauf gehen Nein, die locken uns irgendwie nur Die hauen ab immer Jungs, habt ihr meine Pfeile aufgesammelt? Äh, ne Ich hab keinen, soll Ich hab einen, ich hab einen Oh, warte Bro, die sollen jetzt fighten kommen Lass mal versuchen, ein Schadens zu bekommen irgendwie Ja, die kommen, die warten da auch Die trauen sich nicht Okay, komm, wisst ihr was? Wir gehen einfach weiter Wir lassen die zu uns kommen Lass Hühner töten für Pfeile Da oben ist ein Huhn Stark, ich hol mir den Ah, ey, einer muss Hühner holen Einer muss Kies besorgen, bitte Bro, du hast schon wieder geleakt Ja, normal, jetzt sind wir auch krass unterwegs Ich hol Federn, ne, ich hol Federn Hühner, überall Chicken, überall Chicken, Berko Ja? Ey, geh nicht alleine, geh nicht alleine Du kannst easy Red werden jetzt Äh, ich brauch Kies Ich hol mir kurz Kies, warte Ich hab drei Federn, Berko Ja, stark, stark, stark Das ist gut, das ist gut Bro, hinter uns, hinter uns, hinter uns Die sind hinter uns Die sind hinter uns Sind noch drei, sind noch drei Vier, 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 vier Fünf Fünf Lass weg, lass weg, lass weg Lass weg, lass weg Lass weg, lass weg Lass weg, lass weg, oh mein Gott Ey, die haben Enchantments Die haben Enchantments Ich hab kein Ich hab, oh mein Gott Ich hab kein Dings, Jungs Ich hab kein Boot Ja, hier, komm, Berko Ich hab auch ganz, ich hab auch ganz Komm zu mir, komm zu mir Ey, Jungs, wir müssen fighten, glaub ich Ja, wir müssen fighten Lass fighten Ja, warte, wir sind low ground Okay, oder auch nicht Oh nein Ey, einer, komm zu mir Berko Die f***en mich, die f***en mich, Jungs Ich bin dead, ich bin dead Kapo, Kapo Ich kann nicht, Bruder, ich kann nicht Ich bin so low Ja, ich auch Kapo, du musst mir, du musst mir helfen Ja, ich helfe dich, Berko, ich komm Ich bin dead, ich bin dead, ich bin dead Bro, die sind alle low Ich hab alle low Berko, ich hab keine Böcke, ich hab keine Böcke Renn weg, du musst wegrennen Oh mein Gott Ey, der kommt hinterher Kamasaki Oh mein Gott, ich werd sterben Ich werd sterben, nein Ey, hinter mir sind zwei Leute, hinter mir sind zwei Leute Ich werd sterben Nein Oh mein Gott, ich war verfolgt Junge, hier ist noch einer mit Das kann doch nicht sein Oh mein Gott, wie hab ich das geklatscht Wie hab ich das geklatscht, Digga Hat mein Ich 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 hab deren Boden geklaut 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 Wer bist du, wo bist du Ich hab deren Boden geklaut Ich bringe mit Ich bin der Komm, komm, komm Die, die, die haben mich alle gewonnen Ich bin weg, ich bin neben dir Ich bin neben dir, ich bin neben dir Komm Ich hab auch deren Boden geklaut Ey, oh mein Gott Die nehmen mich jetzt, hops Wie viel sind das? Zwei, ne? Wie viel sind das? Zwei Zwei Was machst du, Bro? Ich attacke die. Ich zerschieße dir ein Boot. Mach, mach, mach. Hab's. Zerschossen. Komm weg jetzt. Komm, komm. Krass, krass, krass. Ich bin mit dem in ein Boot drin. Nein. Warte, warte. Der fährt ja hinterher. Alles gut. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Ich muss jetzt einfach... Es ist gerade mies intensiv, Digga. Die verfolgen mich jetzt wieder alle. Oh fuck, was kann ich nur machen? Ich bin tot, ich bin tot, Berko, ich bin tot. Ich werde sterben, ich werde sterben. Ich bin gekocht. Ja, die holen mich, die haben mich auch so geholt. Die haben mich auch so geholt. Die sind alle auf mich. Egal, Hauptsache, Berko darf nicht sterben. Ich kann mit meinem Bogen... Ich habe keine Pfeile mehr, glaube ich. Ich bin gekocht, ich bin gekocht, ich bin gekocht. Ich bin auch gekocht jetzt, Digga. Ich bin gleich gekocht, Digga. Mit Butter und Erdnusssoße bin ich gleich gekocht, Digga. Ich muss weg, ich muss weg. Oh shit. Ich attackiert so alles. Wie kann ich die holen, Digga? Ich muss mir einen Plan austüfteln. Mich verfolgt ein Full Deer. Versuch zu überleben und lass uns treffen, okay? Ja, ja. Mal's probieren. Ich habe mein Schwerter geworfen. Dieser Full Deer-Typ treibt mir hinterher, Digga. Ich schwöre. Piss dich. Ich weite den, ich weite den, ich weite den. Okay, ich weite den doch nicht. Ja, okay, doch ich weite. Digga, woher kamen die denn alle auf einmal? Ich dachte so zwei Leute, drei Leute, auf einmal sind da zehn Leute. Scheiße, Chat, was kann ich machen? Ich werde jetzt kämpfen. Nein, ich werde nicht kämpfen. Ich werde nicht kämpfen, oh mein Gott. Ich habe ihn voll dir, ich habe ihn voll dir. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich komme wieder zurück zu dir, okay? Wo bist du? Er ist disconnected. Ich habe ihn fast geholt. Ich bin, keine Ahnung, wo ich bin, Butter. Oh, mich hier verfolgen gerade für die Leute. Alle voll heißen. Alle voll heißen, Butter. Ich habe ihn fast geholt. Komm, Alter, die packen mich. Oh nein, oh nein. Oh nein. Wo bist du, Becko? Oh mein Gott, das war so knapp gerade. Ich bin, ich bin jetzt, äh, tausend. Er ist disconnected wieder. Ich bin, ich gehe auf, ich gehe jetzt auf Richtung tausend und minus 2000. Checkst du? Ja, chill, chill. Ja, ich muss den Full-Diatyp machen. Oder mich, ich habe mich verfolgt. Acht Leute verfolgen mich. Ich warte auf den Full-Diatypen. Das ist doch unfair, Digga. Was soll ich machen? Digga, die Team zu acht gegen mich. Ey, das ist so unfair. Das ist so unfair. Ja, komm, ich bin doch nicht guckt, ne? Ja, wo sollen wir uns treffen? Ich weiß ja nicht. Ich lasse es irgendwo an der Küste wieder. Hast du ein Boot? Butter, mich verfolgen sieben Leute gerade, ne? Alle voll heißen, voll daim mit Boot. Hast du ein Boot? Ja, ich bin gerade mit Boot unterwegs. Ah. Ja, ich muss halt, ja, ich komme zu dir, warte. Bin unterwegs. Dieser Putin verfolgt mich die ganze Zeit. Ja, ich bin unterwegs zur Küste zu erwarten. Ja, Bruder, ich bin, was kann ich machen, Chat? Ich bin gerade überfordert. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Leute müssen mir helfen. Leute müssen mir helfen, komm. Leute müssen sich jetzt mit mir verbinden gegen die. Ich weiß nicht, wer, aber die sind zu stark. Ey, Gaming-Katze, bist du, bist du drin? Die haben mein Boot zerschossen. Ich glaube es nicht. Warte mal, warte mal. Was ist diese Gaming-Katze? Ist da noch irgendwo ein Fahrt? Oh mein Gott, ich sterbe. Gaming-Katze? Das war's. Ja. Warte, warte. Nein, das war's, das war's, das war's. Das war's. Ja, GG. Und somit endet unser Manhunt. Somit endet unser Manhunt. Die Community hat's geschafft, Digga. Wir haben aber auch stark durchgehalten, Digga. GG's. Ach, 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 ach. Das war's mit dem Video, Leute. Lasst ein Abo und ein Like da. Falls ihr mehr Manhunt sehen wollt mit der Community, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Lasst ein Abo auf dem Kanal da, checkt mein Twitch ab, lasst doch ein Follow da. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.